Und live zurück in Mannheim mit der SAP Arena und liebe Eurosport Zuschauer, das erste richtige Highlight dieses Turniers steht auf dem Programm. Schauen Sie auf die Uhr, ist es 19.07 Uhr, dann ist die Zeit richtig. Das ist auch nochmal eine Reminiszenz an das Gründungsjahr des SV Waldhof. Und da haben Sie die Fans des SV Waldhof Mannheim, die haben hier einen Fan-Demonstrationszug hierher gemacht vom Karl-Wenz-Stadion. Sie sind jetzt doch ein bisschen eher ins Stadion gekommen hier in die Halle, als sie eigentlich versprochen hatten, wollten sich das erste Spiel des SV Waldhof Kaiserslautern nicht entgehen lassen. Also der Viertelige ist aus Mannheim mit der ersten Möglichkeit und dem 1 zu 0. Hoi! Ohrenbetäubender Lärm, keine 20 Sekunden vorbei. Und Uwe Rebholz macht das Tor ausgerechnet. Uwe Rebholz, der Ex-Kaiserslauternner, der kennt die ganzen Jungs natürlich und der trifft gegen seine ehemaligen Teamkameraden. Na, das ist doch mal eine Ansage hier. Er kommt ja kaum zum Luftholen, Waldhof im Blau natürlich, die Waldhof Bubis, der abstiegsbedrohte Viertligist gegen den Herbstmeister der zweiten Liga, der so eine riesen Vorrunde unter Marco Kurz hingelegt hat. Und jetzt geht es hier richtig ab in der Halle. 11.500 Zuschauer. Halle ist voll, nur ein Block wurde nicht verkauft. Zu unserer Rechten. Aus Sicherheitsgründen Abstand lassen zu den Waldhof-Fans, hieß es. Und deswegen ist hier nicht alles komplett gefüllt, aber ansonsten die Stimmung hervorragend. Und wir haben so viele Tore schon gesehen. 18 Stück und immer 3 zu 3. Alle drei Spiele bislang 3 zu 3 unentschieden. Vielleicht gelingt ja jetzt einer Mannschaft der erste Sieg. Und eins ist auch klar, wenn Waldhof gewinnt, sind sie schon im Halbfinale. Die Kaiserslautern müssen diesen Schock erst mal verdauen. Und die erste Parade von Kevin Knödler. Da hat uns Trainer Prath gestern nochmal gesagt, also wenn einer ein Lob verdient, ein Kompliment, dann ist es der Torwart, der vielleicht ein bisschen herausragte aus der Mannschaft. Hat eine tolle Vorrunde gespielt, auch wenn es den letzten Sieg erst vor sieben Pflichtspielen gab. Vier unentschieden in Folge nach zwei Niederlagen. Also da lief es nicht so optimal. Sie können die Kiste nicht zumachen, heißt es den Deckel nicht zumachen. Und das ist das 2 zu 0. Eduard Hartmann. Rechts von mir steht alles, links von mir sitzt alles. Und da schaut Luis Rubel ist also ziemlich bedeffert rein. Zwei Minuten 30 gespielt. Der Viertligist führt mit 2 zu 0. Also man versteht sein eigenes Wort hier nicht. Tolle Stimmung in der SAP Arena, das hatten sich die Verantwortlichen auch so erhofft. Erst hieß es ja, die Waldhöfer werden nur eingeladen, damit Stimmung in der Bude ist. Aber das ist nicht ganz richtig. Also auch die Kaisel-Authen haben hier eine Menge Fans mitgebracht. Selbst Duisburg-Anhänger wurden hier gesichtet, einen kleinen Fanblock haben wir gehabt. Aber das ist wie gesagt der erste Höhepunkt, auf den jeder hinfieberte. Und das Spiel hält aus Mannheimer Sicht bisher, was man sich erhofft hatte. Nächste Möglichkeit. Zusammenprall. Und da merken sie, was da los ist. Michael Reit mit Luis Robles da. Die sind geladen und wieder kommt der Robles raus. Aggressiv gegen Roger Pandong. Der lässt sich doch ein bisschen anstecken. Das hat der Waldhof-Trainer uns auch vorhin nochmal gesagt. Vor dieser Begegnung, vor einer halben Stunde hat er gemeint, ja also hier, da sehen Sie nächste Aktion an der Bande. Viel, viel Emotion. Auch bei Daniel Pavlovich hat er gemeint, nicht anstecken lassen, sondern tragen lassen von den Emotionen. Und das funktioniert jetzt hier bei Waldhof-Mannheim bisher sehr gut. Setzen das um in positive Energie. Und da kann er jetzt schon mal eine Strafe aussprechen, nämlich hier Kempten. Zumindest eine gelbe Karte zeigen. Über die Mittellinie gepasst vom Torhüter. Deswegen Freistoß für Waldhof-Mannheim. Und auch die Möglichkeit zu wechseln. Edward Hartmann geht da raus, der Torschütze zum 2 zu 0. Und für ihn David Sabo. Ja, Waldhof-Mannheim, was ist aus den Mannheimern geworden? Kämpfen hier gegen den Abstieg. Ist ganz rüde reingegangen. Zeit wird angehalten und 2 Minuten Strafe jetzt gegen Pavlovich. Geht dem da von hinten rein, also überhaupt keine Fairness. Muss doch gar nicht sein. Marco Kurz nimmt ihn da in Empfang, in Empfang. Zu einem kompletten Kader angereist. Sogar besser als in der Meistersaison in der 2. Liga unter Otto Rehagel sind die Kaiserslautern. Da tut auch das 1 zu 4 zuletzt gegen den FC Augsburg keinen Abbruch. So, Marco Kurz hat da eine Zeit, das Zeitanhalten gefordert. Läuft jetzt zum Schiedsrichtertisch. Denn da wurde ein Wurfgeschoss abgefeuert und ein Betreuer von Kaiserslautern wurde getroffen. Wird jetzt hier aus der Halle begleitet. Ich glaube, Marco Haber ist es. Wenn ich das hier von der Ferne erkennen kann, liebe Kameraleute, liebe Regie, vielleicht zeig dir mal rüber. Ja, ein bisschen weiter nach rechts, da kommt Marco Haber, der greift sich an den Kopf. Wurde getroffen von irgendeinem Wurfgeschoss und das muss er nun wirklich nicht sein. Ja, da haben wir es in der Mitte, in der Bildmitte mit dem grauen Sakko. Geht er hinten raus Richtung Spielerkabine der Kaiserslautern. Kaiserslautern also auf dem Feld, einer weniger und auch auf der Betreuerbank. Hat nicht abgepfiffen, war eigentlich klartes Handspiel. Michael Kämpter muss jetzt hier ein bisschen Ruhe bewahren, bisschen die Übersicht bewahren. Das heißt ein bisschen, er muss die Übersicht bewahren bei diesem Hexenkessel. Noch eine Minute, fünf Sekunden Kaiserslautern in Unterzahl. Und natürlich die Emotionen auch so hoch. Vielleicht haben sie es mitbekommen, Kaiserslauterns Fans haben hier das Stadion. Punktrunde. Die Fans der zweiten Mannschaft, 10.000 waren da im Stadion. Kaiserslautern gewann das Prestigestell gegen Waldhof Mannheim mit 2 zu 0. 2 zu 0. 2 schnelle Tore von Waldhof Mannheim durch Rebholz und durch Hartmann. Und sie sind einer mehr, sie könnten jetzt diese Übersicht ausspielen. Noch eine halbe Minute, das ist eine lange Zeit. Jetzt kommt von hinten der Vierer. Daniel Reule mit dem Schuss und anscheinend hat ein Feuerzeug Marco Haber getroffen. Ja, hinter dem Tor von Robles, das ist der Waldhof Block. Und da haben also ein paar durchgedreht. Ich verstehe es ja nicht. Aber Waldhof ist das bessere Team und macht das 3 zu 0 durch Nikolaus Jülich. Drei Minuten noch in der ersten Hälfte und Waldhof führt mit 3 zu 0. Denn auch Boris Becker, der Mann, bei dem es so viel Applaus gab hier in der Halle, verzockt sich hier bei diesem Wingsschuss. Ja, und da geht es wieder zur Sache, aber halb so schlimm. Das war auch ein bisschen ein Schauspiel von Dario Damjanovic. Halb so wild, was der Roger Pandon gemacht hat. Es ist ja so eine junge Mannschaft, unter 22 der Altersdurchschnitt bei Waldhof Mannheim. Und sie müssen diesen Spagat schaffen zwischen Liga- und Hallenturnier-Spaß. Und der ist wirklich ganz gut gelungen bisher. Am 6. Januar gibt es hier das große Turmfest in der SAP-Arena in Mannheim. Und ja, den Spagat, den machen sie hier schon mal vor. Die Waldhof-Bubis führen mit 3 zu 0 gegen den Zweitliga-Herbstmeister. Also noch ein Betreuer von Kaiserslautern ist jetzt rausgegangen, hat sich noch mal beklagt beim Schiedsgericht. Wir hoffen, dass es Marco Haber da nicht zu schlimm erwischt hat. Ist auf jeden Fall nicht zurückgekehrt. Wir werden da natürlich dranbleiben. Dranbleiben und ihnen Aufklärung bieten, sobald als möglich. Patrick Bauder gegen Becker. 1,30 noch in der ersten Hälfte. Ballverlust an Paljic. Aber auch der lässt die Kugel liegen. Möglichkeit zum 4-0. Oh, da hätte er mit links abziehen müssen. Der erste Haken war gut von Patrick Bauder. Letztes Jahr wurden sie Zweite, vorletztes Jahr Dritte. Dieses Jahr ist der Titel dran, haben die Waldhof-Fans gesagt. Also wenn die hier so weitermachen, dann haben die wirklich gute Chancen. Wenn es so bleibt, stehen sie schon sicher im Halbfinale. Und Kaiserslautern muss dann schauen, was Waldhof in seinem letzten Spiel schafft. Er könnte auch mal abpfeifen, was soll da noch draus werden. Und jetzt gibt er Freistoß für Kaiserslautern. Markus Steinhofer hat sich da den Ball lange gehalten, der Neuzugang. Letzte halbe Minute in der ersten Hälfte. Waldhofmann haben in einem emotionsgeladenen Spiel mit 13-0 Führung. Möglichkeit jetzt für Paljic. Und jetzt ist die Chance vorbei und Van Dong wird sie natürlich alle Zeit der Welt lassen, um hier vielleicht nochmal abzuziehen kurz vor Schluss. Ne, macht er nicht. Also, erste Spielhefte geht vorbei. Leider mit diesem Tiefpunkt der Feuerzeugwurf aus dem Waldhofblock. Spielerisch war das absolut in Ordnung. Marco Kurz dementsprechend angefressen. Wir sehen es in seinem Gesicht. Und jetzt hat er noch ein paar Worte losgelassen gegenüber dem Schiedsgericht. Der Marco Kurz ist da überhaupt nicht zu beruhigen. Aber ich denke, da kann dem Schiedsgericht auf der Höhe der Mittellinie keinen Vorwurf machen, dass die das nicht früh genug registriert haben. Und Marco Haber ist auch schon wieder zurück, wenn ich es richtig erkannt habe. So, der Höhepunkt der Winterpause für Waldhof Mannheim ist zweifellos dieses Spiel. Nicht nur das Turnier, sondern auch das Spiel. Marco Kurz, Sie sehen es links unten, hat die Kaiserslautern-Mannschaft um sich versammelt. Da gibt es jetzt nochmal eine ganz ernste Ansprache, während wir die Höhepunkte sehen aus der ersten Hälfte. Tore von Rehpolz, dem Ex-Kaiserslautern, wie gesagt. Chance für Damjanovic und Hartmann und Jülich trafen noch für Waldhof Mannheim. Nach nicht mal 20 Sekunden stand es schon 1 zu 0. Das hier war das 2 zu 0 durch jede Hartmann. Und dann folgt ja noch der dritte Streich durch Nikolas Jülich. Ja, das ist natürlich eine schwierige Situation außerhalb des Feldes hier, außerhalb der Halle für Waldhof Mannheim. Finanzsorgen, der Etat wurde um über 50 Prozent gekürzt. Man hat keinen Trikotsponsor. Jetzt gibt es eine Verlosung, 500 Euro zahlt man ein und dann wird man als Hauptsponsor gezogen. Man kann sich da also beteiligen mit einer Art Trombola. Bis zum 20. Januar gibt es da noch die Möglichkeit. Und da haben wir die nächste Chance. Hoffentlich hat er sich da nicht wehgetan. Ich glaube, Daniel Reule ist das da hinten gewesen. Auf jeden Fall kein Trikotsponsor gefunden. Deswegen hat man heute Dietmar Hopp ein kleines Dankeschön gesetzt. Und hat auf der Trikotbrust ein Zeichen für die Dietmar Hopp Stiftung gesetzt. Anpfiff ins Leben, das ist der Slogan seines Jugendförderkonzepts. Und auch die Waldhof-Fans wissen, was sie dem Hoffenheim-Mäzen zu verdanken haben. Haben hier vor der Partie Dietmar Hopp die Priesen in Sprechkörn. 3-0 also für Waldhof-Mannheim mit diesem Blitzstart in der ersten Hälfte. Das ist natürlich eine ideale Ausgangsposition. Kamen erst sehr spät zu diesem Turnier. Wirklich fünf Minuten vor Präsentation der Mannschaften sind die erst angekommen mit dem Bus. Aber machen hier ganz clever weiter. Und die Fans, die haben hier wirklich ein Organ. Also da dröhnt es mir im rechten Ohr. Durchgesetzt von Fabian Müller. Und Fuchs, der das erste Spiel sehr, sehr gut bestritten hat. Auch da ein Tor gemacht hat. Zum 1-0. Steht jetzt ganz frei. Oh, da ist er noch dran, der Patrick Haag. Jülich, in der 1-zu-1-Situation kann sich durchsetzen. Da kommt er gut raus, der Luis Robles. Aber Waldhof beherrscht dieses Spiel ja, soweit man davon beim Hallenfußball sprechen kann. Die machen keine unnützen Abspielfehler. Und vor dem Tor sind sie kaltblütig. Na, das Foul wollte er haben, der Fabian Müller. Und Nikola Sülich tat ihm den Gefallen. Freistoß Kaiserslautern geht sofort weiter. Also ein Unentschieden müssen die hier rausholen. Und dann hoffen, dass Waldhof das zweite Spiel verliert. Sonst ist der FCK draußen. Die brauchen jetzt drei Tore in siebeneinhalb Minuten. Und wenn sie so weitermachen wie Dani Pavolic jetzt da draußen, dann wird das nicht gut gehen. Nochmal Pavlovich hält sich jetzt zurück. Das war ganz offensichtlich. Da hat Marco Kurz wohl auch beruhigende Worte gesprochen. Was bringt es denn auch? Eine lange Geschichte, diese Begegnung. Waldhof gegen Kaiserslautern. Das geht zurück bis ins Jahr 1942. Also während des Zweiten Weltkriegs. Da haben die beiden Mannschaften die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft gespielt. Und Kaiserslautern gewann mit 7 zu 1 und macht jetzt das 1 zu 3 durch Damjanovic. Ne, Pavlovich was. Tor für den FC Kaiserslautern. Der Spiele mit 25, Daniel Pavlovich. 3-1. War da gut gemacht, der Uwe Rebholz. Ist natürlich auch eine Plattform hier für die Waldhof-Jungs sich zu präsentieren. Auch das wurde angesprochen in unserem Eurosport-Gespräch gestern. Dass die Jungs sich hier international auch präsentieren wollen vor einem Fernsehpublikum aus über 50 Ländern auf Eurosport. Wir gehen ja nachher um 20.30 Uhr dann zu den Halbfinals auf Eurosport, international auf Eurosport 1. Halle wie gesagt proppenvoll mit 11.500 Zuschauern. Also die machen hier ein ganz ganz gutes Spiel. Haben gestern Mittag trainiert, aber nicht hier in der Halle, sondern im Soccer Center des Trainers. Der besitzt hier eine eigene Fußballhalle. Und da war eine ganz lockere Stimmung. Und da wurde auch gar nicht viel mehr gemacht. Es gibt heute ein Hallenturnier. Nächste Woche spielen sie noch eins mit. Und das ist es dann gewesen. Erstmal mit Hallenturnier für Waldhof-Mannheim. Fahle-Madon. Na, zu weit vorne ausgeführt. Aber das bringt auch ein paar Sekündchen. Mittlerweile schon gleich die Hälfte der Spielzeit abgelaufen. In der zweiten Spielhälfte. Und Waldhof-Mannheim führt mit 3 zu 1. Steht kurz vorm Halbfinaleinzug. Auf Steinhöfer. Ganz ein junger Spieler, der in Österreich gespielt hat. Steinhöfer. Wir haben ihn von Eintracht Frankfurt geholt. Bis zum Saisonende ist er ausgeliehen. Die Nummer 33. Der Kaiserslauternal, die wir jetzt gleich hier sehen, macht er Pressing. Auf, Kinter. Aber der konnte sich jetzt freilaufen. Das ist eine Möglichkeit. Aber Kinter kommt nicht durch. Kein Handspiel. Von Correra. Buchner. Oh, Fehler. Von Rehpolz. Und der geht jetzt auch raus. Der ist völlig platt. Nur noch 4 Minuten. Müssen die Waldhöfer durchhalten. Ein Tor können sie noch erlauben. Und die kontrollieren das Spiel mit Daniel Reule. Gleich abgezogen. Das ist schon überraschend, wie schnell die hier losgelegt haben. In der ersten Hälfte die Waldhöfer. Und jetzt machen sie natürlich auch nicht so viel. Konditionell sind sie sicherlich dem FCK ist laut dann unterlegen. Auch wenn die direkt aus der Winterpause gekommen sind. Aber die war so kurz, da kannst du gar nicht so viel zunehmen, dass du dich nicht bewegen kannst. Immer noch zwei Tore vor. Und vielleicht sind sie hier zu Hause ein finanzstarker Sponsor und hätten Interesse an Waldhof Mannheim. Diesen Traditionsklub, der durch Dietmar Hopp gerettet wurde. Früher von Klaus Schlappner ja trainiert mit dem Pepita-Hut, der dann nach China ging, um da Entwicklungshilfe zu leisten. Günter Seebert sicher einer der Ikonen, eine der Ikonen überhaupt bei Waldhof Mannheim. Ist jetzt zur Zeit sportlicher Leiter bei Waldhof Mannheim. Und auch die Mannheimer wollen den Stürmer verpflichten, aber das ist natürlich auch nicht leicht bei dem schwachen Etat. Ich habe es gesagt, über die Hälfte mussten sie kürzen. Aus dem Etat und suchen Stürmer auch mit dem Torschrift mit Uwe Rehbholz sind sie noch gar nicht einig, wie das weitergehen soll nächstes Jahr. Der will natürlich höherklassig spielen. Auch das schien Hand gewesen zu sein, so ist es von Alper Acciam. Hatte da die Chance. Zwei Minuten nur noch hat der FCKs laut und Zeit. Ansonsten heißt es Abreise für die Roten Teufel von Betzenberg. Wir hatten ja nur fünf Tage frei, die Profis vom FCK. Nur Luis Robles, der durfte drei Tage länger bleiben. Vorstandschef Stefan Kunz war natürlich begeistert von der Vorrunde. Und ich glaube, die werden auch verschmerzen können, wenn sie hier nach der Gruppenphase ausscheiden. Aber das ist natürlich auch ein Signal für die Region hier, wenn Waldhof Mannheim das Duell gewinnen sollte. Auch wenn es nur ein Hallenturnier ist. Es ist nun mal das Highlight für die Blauschwarzen. Aber noch ist nicht durch. Noch ist 75 Sekunden zu spielen. Damjanovic bleibt hängen. An Eduard Hartmann, den Torschützen vom 2 zu 0. 2010 fallen so viele Altlasten weg bei Waldhof Mannheim. Die wollen unbedingt die Klasse halten. Natürlich gibt es da Vereine wie Essen, wie Münster, wie Lotte. Die sind einfach finanziell in einer anderen Liga. Und das ist jetzt das Tor für den Verein aus der anderen Liga. Zeit wird angehalten. Da haben wir den Trainer Prath groß im Bild. Der nimmt das relativ gelassen hin. Aber natürlich hat auch er gesagt, ich will, dass die Jungs so gut verkaufen. Und dass wir hier auch eine ordentliche Leistung bringen. Und dazu gehört natürlich auch ein Sieg. Fast steht er unter Dau und Fach. So, nochmal der Rückpass, wer möglich, auf Pardon. Aber Bauder kann sie nicht durchsetzen. Schwach war das von Damjanovic. Und jetzt haben sie 20 Sekunden Zeit, den Ball zu halten. Patrick Bauder in der Ecke hinten. Mit Boris Becker, der holt sich den Ball. Letzte Angriffsmöglichkeit. Acht Sekunden noch. Jetzt muss es schnell gehen. Und er kann nicht über die Mittellinie, sonst wird abgepfiffen. Den muss er nur noch blocken. Und jetzt ist das Spiel aus. Waldhof Mannheim gewinnt gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 3 zu 2. Und steht damit als Halbfinalist fest beim Harder Cup. Und einziger Wermutstropfen, also dieser Feuerzeugwurf aus dem Waldhofblock gegen Marco Haber. Der aber schon wieder erschienen ist hinter der Bande. Ich hoffe, dass das alles nicht zu schlimm ausgegangen ist. Er kann seine Jungs loben. Dieses junge Team hat sich gut verkauft. Es geht also weiter. Haben noch ein Spiel in der Gruppenphase noch zu absolvieren. Und dann sind sie auch schon im Halbfinale. Also das sind doch tolle Informationen für die Fans von Waldhof Mannheim. Wir machen jetzt gleich weiter mit der Begegnung KSC gegen Eintracht Frankfurt. Kurze Pause.